Also gut, Houdini. Ein letzter Trick noch in der Navi der Schule, ja? Gut. Dann macht ihr eben jeder, was er will. Hab ihn! Okay. Zack. Zack. Wahnsinn. Wie hast du denn das gemacht? Papa, die Frage ist nicht wie. Die Frage ist wann. Kennst du Houdini? Wen? Harry Houdini. Einer der größten Zauberer der Welt. Es gibt keine Zauberei. Nur Illusion. Die Dinge verändern sich nur, wenn wir sie verändern. Aber man muss es Geschick tun. Im Verborgenen. Dann wirkt es wie Zauberei. Woher kannst du das? Ich komm aus der Zukunft. Du bist cool. Nee, ich bin Mikkel. Hallo Mikkel, Junge aus der Zukunft. Ich bin Hanna. Houdini hat als Kind von nichts anderem geträumt als Zauberer zu werden. Und du? Hast du den gleichen Traum? Ja. Aber das, was ich zaubern will, ist unmöglich. Und was soll das sein? Endlich aufzuwachen. Kennst du das Paradox des Meisterszwang? Ich träumte, ich wäre ein Schmetterling. Und jetzt bin ich aufgewacht und ich weiß nicht mehr, ob ich ein Mensch bin, der gerade geträumt hat, dass er ein Schmetterling ist. Oder wenn ich ein Schmetterling, der gerade träumt, ein Mensch zu sein. Was bist du? Ein Mensch oder ein Schmetterling? Vielleicht bin ich beides. Was ist das? Was ist das? Leid. Ja. Ich mache das.